In diesem Video geht es um Edvard Grieg. Ich erzähle dir vom Leben und von den wichtigsten Werken des Komponisten. Edvard Grieg wurde 1843 in Bergen, Norwegen, geboren. Er ist einer der bedeutendsten norwegischen Komponisten und ein wichtiger Vertreter der Romantik. Grieg studierte am Leipziger Konservatorium. Obwohl er die deutsche Musikausbildung schätzte, fand er seine eigene musikalische Identität in den Klängen und Melodien seiner Heimat Norwegen. Grieg ließ sich stark von der norwegischen Volksmusik inspirieren. Werke wie die Per Gündsuiten oder seine lyrischen Stücke für Klavier zeigen diese Einflüsse deutlich. Seine bekanntesten Werke sind die bereits erwähnten Per Gündsuiten. Aber auch sein Klavierkonzert in A-Moll ist sehr populär. Beide Werke werden weltweit aufgeführt. Der Dramatiker Henrik Ibsen bat Grieg, die Musik für seine Bühnenproduktion von Per Günd zu komponieren. Diese Zusammenarbeit brachte eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik hervor. Griegs Musik ist oft lyrisch und expressiv, aber auch von folkloristischen Elementen geprägt. Er schaffte es, die norwegische Kultur in die europäische Kunstmusik zu integrieren. Grieg hatte sein Leben lang mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Trotzdem reiste er viel und führte seine Werke in vielen europäischen Ländern auf. Edvard Grieg starb 1907 in seiner Heimatstadt Bergen. Seine Musik hat einen dauerhaften Einfluss auf die norwegische und internationale Musikszene. Grieg ist eine Schlüsselfigur der romantischen Musik und besonders wichtig für die norwegische Musikgeschichte. Seine Werke sind ein wesentlicher Teil des klassischen Repertoires und werden bis heute weltweit gespielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017